Praxisdoktor Seiter, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Berg. Guten Tag, hier ist Hanna Weber. Ich möchte bitte einen Termin bei Herrn Doktor Seiter. Möglichst heute noch. Es geht mir gar nicht gut. Hm, mal sehen. Am Vormittag ist der Terminkalender leider schon voll, aber hätten Sie vielleicht um 13.30 Uhr Zeit, gleich nach der Mittagspause? Ja, das wäre gut. Also komme ich um 13.30 Uhr. Vielen Dank, auf Wiederhören. Gern geschehen, auf Wiederhören. Es ist 13.30 Uhr. Hanna betritt die Praxis. Guten Tag. Weber ist mein Name. Ich habe um 13.30 Uhr einen Termin. Guten Tag, ja, richtig, Hanna Weber. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Ja, natürlich, hier. Bitte. Danke. Warten Sie bitte noch einen Moment im Wartezimmer. Eine Viertelstunde später ist Hanna an der Reihe. Der Nächste, bitte. Hier, nehmen Sie bitte Platz. Herr Doktor Seiter kommt gleich. Guten Tag, Frau Weber. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Doktor Seiter. Ich habe starke Kopfschmerzen und habe die ganze Nacht gehustet. Tut der Husten in der Brust weh? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe Halsschmerzen. Ja, und wie man hören kann, auch schnupfen. Ja. Tja, das klingt nach einer starken Erkältung. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann lassen Sie mich doch bitte kurz in Ihren Hals schauen. Sagen Sie mal A. A. So, ist's gut, ja? Der Hals ist wirklich ganz schön rot. Dann würde ich Ihnen noch gerne die Brust abhören. Es genügt, wenn Sie Ihren Pullover ein bisschen hochziehen. Ja, so, danke. Hm. Da ist alles in Ordnung. Ich verschreibe Ihnen ein Medikament, das Sie bitte dreimal täglich nehmen, immer vor dem Essen. Und bleiben Sie bitte zu Hause. Sie müssen nicht im Bett bleiben, aber Sie sollen sich ausruhen. Ich schreibe Ihnen ein Attest für die Arbeit. Wenn es Ihnen in drei Tagen nicht besser geht, kommen Sie bitte noch einmal vorbei. Gut, vielen Dank, Herr Doktor. Gern. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 1b. Hören Sie den Dialog noch einmal und kreuzen Sie die richtigen Antworten an.